Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Bereits vor gut einem Jahr beantragte die SPD-Fraktion hier im Plenum, die Landesregierung möge einen sogenannten Infrastrukturbericht nach dem Vorbild Schleswig-Holsteins vorlegen. In einer direkten Abstimmung fand sich eine breite Mehrheit dagegen und der SPD-Antrag wurde abgelehnt. Die daraufhin im Juni 2020 eingereichte Große Anfrage ist dann offensichtlich der Versuch, die Ablehnung des Antrages zu unterlaufen. Haben wir auch schon gehört. Gewiss, ein politisch stadthaftes Vorgehen. Aber was bringt es uns? Was bringt es den Bürgern in Nordrhein-Westfalen? Wir haben jetzt eine ausführliche Antwort auf gut 150 Seiten vorliegen. All diese Daten auf die SPD-Anfrage zu ermitteln, hat über ein halbes Jahr gedauert. Meine Damen und Herren, ein halbes Jahr wurden Mitarbeiter der Landesregierung gebunden, um Statistiken mit zweifelhaften Wert für die Zukunft zu erstellen. Darauf, dass die Ermittlung der Daten sehr komplex ist, wies auch CDU-Finanzminister Lutz Lienenkämper in der Plenardebatte im November im vergangenen Jahr hin. Mich würde an dieser Stelle einmal interessieren, wie viel Personal und damit Steuergeld uns die Beantwortung dieser großen Anfrage gekostet hat. Geld, welches vermutlich hätte woanders besser investiert werden können. Mein geschätzter Kollege, Herr Lohse, fasste die fragwürdige Datensammelwut in der Debatte zum Infrastrukturbericht treffend zusammen. Ich darf zitieren. Seit Jahren gibt es einen Investitionsstau in Nordrhein-Westfalen. Doch statt zu handeln, will die SPD jetzt erst einmal einen Bericht. Den kann man dann schön lochen und in einen Ordner packen. Aber ändern wird sich dadurch nichts. Zitat Ende. Offensichtlich hat die SPD in ihrer langen Regierungszeit ein Umsetzungsdefizit gehabt. Die SPD-Fraktion kann jetzt einen Ordner mit 150 Seiten füllen. Aber wäre es nicht viel besser gewesen, Investitionslöcher zu füllen? Investitionen sind für den Fortschritt einer jeden Nation von elementarer Bedeutung. Ohne Zweifel. Vielen Aussagen im Einleitungstext der großen Anfrage der SPD-Fraktion kann ich natürlich uneingeschränkt zustimmen. Zumal die Aussagen auch von Experten untermauert werden. Was ebenfalls von Zahlen untermauert wird, aber leider keinen Eingang in den SPD-Text gefunden hat, ist der Ursprung des Investitionsstaus. Wir als Opposition können und müssen der aktuellen Landesregierung gewiss einige Vorwürfe machen. Doch der Investitionsstau reicht in einer Zeit zurück, in welcher eine CDU-geführte NRW-Landesregierung als ein Ding der Unmöglichkeit galt und die absolute Ausnahme war. Die Frage ist also auch, wer trägt die Mitschuld an all den Problemen beim Thema Investition? Welche Partei war in Nordrhein-Westfalen seit Ende der 60er-Jahre für Schulen, Krankenhäuser, Brücken und sonst die Infrastruktur mitverantwortlich? Die SPD. Sie scheinen sich hier reinwaschen zu wollen, aber wer hat unser Land, leider muss man sagen, geprägt? Die SPD. Die Bürger quittieren es ihnen zwischenzeitlich endlich auch durch abstürzende Prognosewerte. In unserem Bundesland sind die Bruttoanlageinflationen seit Beginn der 90er-Jahre langsamer angestiegen als in fast allen anderen westdeutschen Flächenländern. In den meisten Jahren, seit Beginn der 90er-Jahre, hatten wir in Nordrhein-Westfalen die niedrigste Investitionsquote der westdeutschen Flächenländer. 2014 hatte Nordrhein-Westfalen sogar die zweitkleinste Investitionsquote aller 16 Bundesländer. Nur das Rote Bremen war noch schlechter. Bundesländer, die bei Investitionen oben mitspielen, sind häufig die Länder, in denen linke Parteien nicht viel zu sagen haben. Linke Politik und Investitionen passen offensichtlich nur selten zusammen. Allerdings ist es natürlich nicht nur linke Politik, welche für Stau auf der Investitionsautobahn sorgt. Bereits seit Jahren wird der Bundesrepublik Deutschland eine unzureichende Investitionstätigkeit vorgeworfen. Dabei wird insbesondere auf die im weltweiten Vergleich niedrige Investitionsquote verwiesen. Mit diesen Problemen haben jedoch viele Industrienationen zu tun, zu kämpfen. So lag Deutschland 2018 abgeschlagen auf Platz 107 im Ländervergleich von 176. Abschließend möchte ich noch klarstellen, was mir wirklich fehlt, und zwar Hinweise auf gute Bedingungen für Investitionen durch die Privatwirtschaft. Aber das ist nicht das Thema der SPD. Die SPD hat in der Vergangenheit immer alles gern über Kredite finanziert. Heute fordern die SPD-Bundesvorsitzenden höhere Steuern und frönen Enteignungsfantasien. Wer will unter diesen Voraussetzungen denn überhaupt investieren? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Vielen Dank.